Hallo und herzlich willkommen zum Video von Aktiv mit Spaß. Mein Name ist Arko Pavic und ich bin gerade dabei eine Blitz-Diät zu machen und zwar schon seit 6 Tagen. Heute zeige ich euch die Zusammenfassung des 6. Tages. Es ist strahlend blauer Himmel über Hamburg und ich gehe gleich laufen, aber vor dem Lauf esse ich eine Banana. Ich nehme heute zum Laufen auch ein Notfallmedikament sozusagen und zwar Traubenzucker. Perfektes Wetter zum Laufen in Hamburg. Es ist zwar sehr kalt, aber genial schön. Sehr sonnig und super. Zeit für Mittagessen. Rinderfleisch gekocht. Dazu Kartoffelbrei. 105 Gramm. 7 Uhr. Zeit für Abendessen. Was macht hier? Was? So, jetzt geht es zur Abendrunde bei, was sagt ihr Julian? Minus 2 oder gefühlt Minus 10. Keine Ahnung. So, ich bin zurück vom Laufen und ich habe richtig Hunger. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt loslege, könnte ich alles mögliche aufessen. Insbesondere natürlich auf Süßigkeiten. Das zu verhindern, habe ich mir einen Tee gekocht, was nach Schokolade riecht und schmeckt, weil ich liebe Schokolade. Ein kleiner Snack, 24 Gramm Cracker und zwar an 120 Kilo Kalorieren. Das ist schon ordentlich. Das Gewicht geht wieder nach unten. Das ist wunderbar. Und ich mache es jetzt weiter, bis die 10 Tage voll sind und ich vielleicht sogar die 10 Kilos erreicht habe. Um nichts zu verpassen, abonniert meinen YouTube-Kanal oder folgt mir entsprechend auf Facebook oder Twitter, wo ich dann entsprechend auch alles posten werde. Bis morgen. Ciao.